Ich schaue Helmut Flash, denn ich will immer top informiert sein. Helmut ist cool. Meine Lehrerin sagte immer, schau Helmut Flash und du weißt alles. Leute, wichtige Nachrichten! Ich komm grad aus Nordkorea und kann es kaum fassen. Eine kleine Robbe hat in der Norte ein Bord gekapert. Vor der Küste Südenglands ist ein Mann unterwegs, als er Besuch von der frechen Robbe bekommt. Sie hat keinen Respekt, schwingt sich aus Bord und macht es sich bequem. Es sieht fast aus, es heizt sich mit den Flossen am Bord fest und genießt die Aussicht. Dann hat sie noch getestet, ob man auf dem Bord schlafen kann. Doch anscheinend ist es zu unbequem. Dann ist sie abgehauen, was ist noch aus der Welt geworden? Doch Helmut, ich steh vor euch da. Das sind mal Nachrichten. Ich kann nicht mehr.